Ich bin Professor im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik, lehre da im Bereich Kraftwerksstechnik und Thermodynamik, bin aber außerdem auch noch Prüfungsausschussvorsitzender für den ganzen Fachbereich und alle Studiengänge. Die Arbeit mit Studierenden. Das ist eine ständige Quelle der Inspiration. Da gibt es Feedback, direktes Feedback. Außerdem werden die Gruppen jedes Jahr ausgetauscht, sodass man neu starten kann und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Da möchte ich gerne ein nichtfachliches Projekt nennen, und zwar die Fachstudienberatung. Als ich an die Hochschule kam, gab es in dem Bereich noch nicht so viel in unserem Fachbereich und ich habe gemerkt, mein Herz brennt eigentlich für Beratung von Studierenden. Und das ist auch der Grund, warum ich Prüfungsausschussvorsitzender geworden bin, weil ich die Hochschule erst mal selber kennenlernen musste und die Regeln. Und parallel dazu habe ich dann eine Fachstudienberatung aufgebaut, die inzwischen auch von studentischen Mitarbeitern betreut wird und die auch versucht, an der Hochschule präsent zu sein. Dazu gehört auch der blaue Pulli, den ich heute anhabe. Das ist unser Markenzeichen jetzt mit den neuen Farben des Fachbereichs. Und da versuchen wir auch, sichtbar zu sein im Gebäude. Ach, das wechselte so. Also wie das so ist. Also in der Grundschulzeit vielleicht noch eher sowas wie Räuber, Polizist oder Raumfahrer. Und dann später ging das schon sehr in Richtung Technik. Und mit meinen Kindern in den Garten. Also die Kinder, die besetzen schon sehr viel der Freizeit. Die Zeit gehört auch der Familie. Aber ich fahre gerne Fahrrad. Also was ich wirklich gerne mal machen würde im Selbstversuch wäre, besoffen Auto zu fahren und zu gucken, wie stark, also das ist besser nur im Simulator, aber dann mal zu gucken, was das für Konsequenzen hat. Ein großes Thema, was ich Studierenden eigentlich immer versuche näher zu bringen, was aber unglaublich schwierig ist, ist Motivation. Und die Message, motivieren Sie sich, ist natürlich fast paradox. Aber das ist eigentlich meine Botschaft. Wer nicht motiviert ist für das Studium und das aus sich heraus irgendwie auch begründen kann, der hat es schwer. zur kommenden Beziehung. Jetzt gibt es die